Der Volkswagen-Konzern zählt zu den weltweit größten Automobilherstellern und hat seinen Sitz in Wolfsburg. Er vereint unter seinem Dach zahlreiche bekannte Marken, darunter VW, Audi, Porsche, Seat, Skoda, Bentley und Lamborghini. Volkswagen ist international führend bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen und strebt an, bis 2050 klimaneutral zu werden. Der Konzern investiert stark in Zukunftstechnologien wie E-Mobilität, autonomes Fahren und Digitalisierung. Trotz Herausforderungen durch den Dieselskandal konnte Volkswagen seine Marktposition behaupten. 2023 kündigte der Konzern umfangreiche Investitionen in Elektromobilität und neue Modelle an, um seine globale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.